Donald Trump plant die Freigabe von brisanten UFO-Dokumenten und geheimen Filmaufnahmen. Das hat er jedenfalls gestern in der Beantwortung einer Interviewfrage des bekannten Podcasters Lex Friedman erklärt. Hier der gesamte Dialog auf Deutsch. Friedman. Viele Leute interessieren sich sehr für UFOs und JFK, für Filmaufnahmen von UFOs. Das Pentagon hat einige Videos veröffentlicht und es gibt anekdotische Berichte von Kampfpiloten. Viele Leute möchten also wissen, ob sie das Pentagon dazu drängen werden, mehr Filmmaterial zu veröffentlichen, von dem viele behaupten, es sei vorhanden. Trump. Oh ja, sicher, das werde ich tun. Ich würde das tun. Ich würde das sehr gerne tun. Ich muss das tun. Aber man drängt mich auch in Bezug auf Kennedy. Und ich habe viel veröffentlicht. Aber es kamen Leute zu mir und flehten mich an, es nicht zu tun. Aber ich werde das sehr früh tun. Ja, nein, aber ich würde es tun. Dazu sollte man für den Kontext einiges wissen. Zum einen, es gibt viele Aussagen hochrangiger Ex-Militärs, dass glasklare, hochauflösende Aufnahmen von unbekannten Flugobjekten existieren, die von Militär und von den Geheimdiensten aufgenommen, aber nie freigegeben wurden. Zum anderen, Donald Trump hat sich schon öfter zum Thema UFOs geäußert, meist jedoch sehr vorsichtig und abwiegend. So meinte er bei mehreren Gelegenheiten, er fände das Thema sehr interessant, glaube selbst aber nicht wirklich daran, aber er wäre öfters dazu gebrieft worden. Unter anderem von Kampfpiloten und denen glaube er, was sie gesehen und berichtet haben. Was nun diese Ankündigung betrifft, nun um das völlig neutral und unparteiisch zu sagen, Donald Trump hält sich nicht immer an seine Ankündigungen. Er müsste also zuerst gewählt werden, damit wir sehen können, ob er diesmal sein Wort hält. Andererseits hat er sich noch nie so klar geäußert und man kann ohne weiteres behaupten, dass das Thema damit im Wahlkampf angekommen ist. Nach seinen Äußerungen ist zu erwarten, dass früher oder später auch jemand Kamala Harris zu dem Thema befragen wird. Auch Harris hatte sich bereits einmal, noch in ihrer Funktion als Vizepräsidentin, über UAPs und UFOs geäußert. Auf die Frage des Talkshow-Hosts Jimmy Kimmel, wie sie zu UFOs und anderen mysteriösen Staatsgeheimnissen steht, meinte sie zuerst zustimmend lächelnd, Auf die Nachfrage, ob sie sich schon geheime Unterlagen dazu angesehen hätte, meinte sie dann wortkarg und defensiv lachend, ich werde Ihnen nicht mehr dazu sagen. Möglich, dass sie als Präsidentschaftskandidatin auf eine derartige Frage mehr zu sagen hätte. Links zu beiden Interviews in der Beschreibung. Auch viele andere US-Präsidenten wie Barack Obama haben sich in der Vergangenheit bereits über die Realität des Phänomens geäußert. Manche von ihnen, wie Reagan oder Carter, haben sogar zugegeben, selbst UFOs gesehen zu haben. Diese neue Aussage von Trump fällt jedenfalls in einen Zeitraum, in dem über UAPs in den USA trotz der Präsidentschaftswahl zunehmend groß berichtet wird. Vor allem im Zusammenhang mit dem Erscheinen des Enthüllungsbuches Imminent von Lou Elizondo und aktuell im Zusammenhang mit der Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Studie über spektakuläre UFO-Sichtungen vor der Küste New Yorks. Mehr dazu in der aktuellen Folge der UFO-TV-Wochenschau. Tatsächlich gibt es auch immer mehr prominente Personen abseits der UFO-Community, die sich sogar weit außerhalb von etablierten UFO-Settings zu diesem Thema äußern. Teilweise ausführlich. Wie vor kurzem Pippa Malmgren, eine bekannte Ökonomin, Technologieunternehmerin sowie Beraterin von George W. Bush bei einem Vortrag der Summit-Organisation. Näheres dazu dann in der nächsten UFO-TV-Wochenschau. Am besten abonniert ihr also diesen Kanal und schaltet die Benachrichtigungen ein. Dann werdet ihr über den Upload neuer Videos und andere wichtige Nachrichten verlässlich und aktuell informiert.